Okay, Chat, wir sind jetzt hier wieder versammelt und ich würde jetzt gerne, weil ich jetzt kurz vor 8 Jahren YouTube stehe, ja, genau genommen, Chat, genau genommen ist es so, mein YouTube-Kanal, ja, mein YouTube-Kanal wurde gegründet am 7., am 5.7.2013, so, das ist jetzt knapp 8 Jahre her und das erste Video wurde hochgeladen, morgen, ja, morgen ist mein erstes Video vor 8 Jahren auf meinem Hauptkanal hochgeladen worden, ne, also ich zähle jetzt dieses Datum hier und deshalb, meine Freunde, habe ich was für euch, ich habe was für euch, ich habe was vorbereitet, ja, der Chat kriegt das jetzt ganz exklusiv zu sehen, ich habe 7 Jahre lang am Stück, sorry, 8 Jahre lang am Stück gestreamt, Videos gemacht, Vlogs gemacht, war bei Produktion dabei und in dieser Zeit ist natürlich sehr, sehr, sehr viel Scheiße passiert, extrem viel Scheiße, hört auf 24 Stunden Stream zu schreiben, das funktioniert nicht, so lange mache ich die Scheiße jetzt schon, ja, Chat, und ich sage es mal, wie es ist, ich habe jetzt tatsächlich mal von meinem Team alles zusammengesammelt bekommen, was an Scheiße, an Fails, an dummen Geschichten und allen Dingen, die mir passiert sind, in diesen 8 Jahren, tatsächlich, wie ich höre auf als Maul, passiert sind und ich würde sagen, wir schauen uns das jetzt mal an, ich habe absolut keine Ahnung, vielleicht gibt es ja sogar mal, vielleicht gibt es ja sogar mal einen 24er dazu, vielleicht, vielleicht, Chat, vielleicht machen wir mal einen 24er, bei Gott, vielleicht machen wir den 24er, hm, was sagen wir dazu, danke für den Podcast-Clap, das freut mich extrem, ich würde sagen, wir gehen rein in die Masse, Chat, 8 Jahre Fails, es kann nicht beschütter werden, let's go. Das war so krass, das war nicht beschütter werden, wir fangen scheinbar an mit ein paar aktuelleren Sachen, ja, gut. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Wir können ja im Stream, sage ich mal, ne? Ja, klar. Der Stream gestern war immer geil, ich habe gestern nicht gestreamt, danke. Hä, der ist wirklich live, hä? Ich bin wirklich live, ja. Warum machst du das Test? Ja, weiß ich nicht, ich wollte kurz mit dir reden einfach und dir erklären, dass es heute mit der Aufnahme ist, sage ich wahrscheinlich nicht, also, es ist irgendwie was dazwischen gekommen, sage ich mal, ne? Scheiße, Alter, es wird glaube ich immer schlimmer, oder? Vielleicht ein Stream, oder? Vielleicht ein Stream, ja. Ja, aber ey, sehr korrekt, dass du Bescheid sagst, ja, ich den ganzen Tag hier blockiere, um mit dir aufnehmen zu können. Du hast doch nicht den ganzen Tag blockiert für eine Aufnahme. Das sind jetzt alles noch aktuellere Sachen, Chat. Ich kann zwei Karten ziehen, sage ich. Gott, verdammte Scheiße, so passiert mir nur Müll in meinem Leben. Ja gut, schönes Hemd. Ich werde ich dir einen, ähm, was hast du gesagt? Äh, was musst du brauchen? Ich habe Sascha so gesaved. Okay, das sind alles noch aktuelle Beklift, bis dato, da kann ich mich immer noch dran erinnern, ja? Ich weiß alles noch, Chat. Ich muss jetzt jeden Adblock, muss ich mir holen. Was ist das nochmal? Ach, Mann. Seinem bisherigen Wissen etwas anderes machen zu können. Also ich glaube von den... Ach, Mann. Geht's her auf... So. Let's gooo los. Kannst du mal bitte unser Video anschauen von meinen Mods? Meine Mods haben ein Video geschickt. Mann, Alter. Das Video baut sich so auf. Ach, Mann. Komm, scheiß drauf. Das skippen wir direkt. Mann, was ist denn mit mir, Alter? Specialpack.zip? Wir werden alle Unterwäsche anhaben. Ach, nee, Dekka. Nee, Dekka, nee. Nee, Dekka, nee. Ja. 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 Podcast-Hastrümmer, wie hat sich das bei dir... Wie hat sich das... Was? Hä? Podcast-Hastrümmer, wie hat sich das bei dir... Wie hat sich das... Scheiße, Mann. Ich hab ganz vergessen, dass ich das gemacht hab. Ich hab ganz vergessen, dass ich das gemacht hab. Okay, das geht alles noch klar. Alles soweit cool. Was ist hier? Steig aus dem Benzer mit Yeezy, so Führerschein. Yeezy, so Führerschein. Gehst nur ein Blender und hast nicht mal Führerschein. Wie Max da steht? Bist du fahren, du kannst mein Gefl... Klar geht das. So, wer spielt... Wir spielen ein Spiel, ja? Ihr müsst alle mitmachen, okay? Seid ihr ready? Das Spiel heißt, wessen Katze ist tot? So, Max, mir reicht's jetzt, Dekka. Ich spreng jetzt deinen Kaktusturm. Wenn du jetzt wirklich meine Katze umgebracht hast, Max... Wenn du meine Katze umgebracht hast, dann spreng ich deinen Katzen... Das ist ein geiles Game. Dann spreng ich deinen... Ach, nö. Das ist auch mein Geflingsspiel, Alter. Ich meine das ernst, ich meine das ernsthaft. Ach, nö, wie uncool. Ich hab Craft Attack sowas von gar nicht vermisst, Alter. Nein, 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 nein. Alter, wie lange ist das denn her? Das ist UFO, jetzt kommen wir langsam der Sache näher. Jetzt ist grad ganz schlecht. Wir haben hier grad einen kriminalspezifischen Fall, den wir klären müssen, okay? Sorry? Sorry. Ach, du Scheiße, Mann. Äh, Jo, Rebi, ich hab was geiles gemacht. Schau, da ist safe nice. Digga, ich mach's auf jeden Fall nicht auf, ohne dass man's... Och, Mann. Wieso werd ich nur verarscht, Bro? Was soll denn die Scheiße? Es ist, es ist. Für Content. Für die Clips. Nein, nein. Und schalt ne Werbung vorher. Denk doch dran. Denk doch einfach an die Memes. Na, gefüttert hab ich ihn. Ich will ein paar alte Fails sehen. Das sind ja alles so aktuelle Sachen. Was ist das hier? Alter, was hatte ich da für Haare? Was ist das? Scheiße! Du bist so eine Missgeburt, Alter. Oh, 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 oh. Wie kann man so scheiße sein, Digga? Wie kann man so scheiße? Du bist so ein Bot, Junge. Du bist so ein Bot. Oh, oh, oh. Oh, oh. Alter, wie lange ist das denn schon her? Alter, warum sind da so viele Clips drin, wie ich Männer küsse? What the fuck, Mann? Warum? Woher? Ey, Mann. Chat, come on. Ist das Unge? Ist das da im Hintergrund Unge? Oh, oh. Oh, oh, oh. Ig-H. Oh, du Scheiße. Was habe ich gemacht? Ach, du Scheiße, Mann. Welches Craft Attack war das? Was ist das denn gewesen? Das war 24 Stunden Charity-Stream. Mit Kelly, Jodie, Schlorux, Tinker, Smiley, iCrymax, Marc Butz, Lena Vanille und Halbzwilling? Ach, du Scheiße, Mann. Ich glaube, da habe ich eingepisst. Ja, moin, ich bin direkt gefändigt. Ich bin gefändigt, ich bin gefändigt. Was hast du denn? Oh, nein, oh, nein, oh, nein. Ah, ich habe mir die Hand geschnitten mit dem Messer. Och, nein, oh, nein, Digger, oh, nein, Bro. Warum hat man den denn in die Scheiß-Kompilation mit reingenommen? Hör, Chat, Omega-Lul, Omega-Lul, Chanted. Omega-Lul, Chat, Omega-Lul, Omega-Lul, Chat. Fuck, ich blute es übertrieben. Oh, mein Gott. Was ist los? Ja, was passiert? Was passiert, Alter? Ja, mein Gott, das passiert jedem guten Gamer mal. Krankenhaus, tschüss. Ernsthaft? Der ist so dumm, das ist der Typ. Ey, what the fuck? Und hier, oder? Was ist das? Ach, nee, Alter. First of all, abonnieren in meinem Palais. Ach, Bro. Mein Gott, Bro. Ich glaube, ich könnte sieben Teile davon machen. Ja, und nicht vergessen, abonnieren in meinem Palais. Digga, ich bin da in einer Videokonferenz mit so 10.000 Zuschauern, die dieses PUBG-Tournel hier sehen. Ja, das sieht irgendwas ganz anderes. Mein Gott, ist mir das alles unangenehm. Meine Haare seien ja so beschissen aus. Ey, Digga, warum ist das in der Fake-Kompilation? Der Song war ein Banger. Was soll die Scheiße, Mann? Hä? Der Song war ein absoluter Banger. Verdoppelt, alles klar. Was ist das? Tee. Wie mache ich Tee? Ich gehe wieder zurück in meinen Kühlschrank. Alter. Junge, das ist aber auch schon 300 Jahre her. Bei Gott, Mann. Gommel-Mod. Ich hatte einfach einen Herzentock. Was ist das? Oh mein Gott, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Da habe ich mir einfach eine Gehirnerschütterung geholt. Sau chillig, Mann. Sau chillig war das. Er lebt noch. Neh mal das Risiko in den Leben auf. Neh mal das Risiko in den Leben auf. Also, ich danke für acht Jahre. Genau.